ja beim beim ersten mal das lustige ja ich weiß nicht warum ich habe musste ja geil ist das denn bitte was der spitz sagt jetzt geil nein aber das was ich hier gefunden habe was hast gefunden und verkackten schluss mitten unter der erde ein fluss ist scheiße dein fluss ist scheiße sein dann ausfluss ist scheiße jeder ist immer unter kontrolle der ist cool ich den krieg hier drin oder ich komme hier nicht raus ja dann kommen halt einfach so hier ruckelt es bei mir gerade weil er so viel zu rendern hat gerade also ich habe hier echt eine riesen höhle gefunden muss man sagen jetzt auch gleich hier oben im zwischenlager einrichten müssen ich bin gleich wieder da wo wir bloß man das kissen so hat mein christen geholt ein stuhl ist ja kaputt ich habe dich doch gar nicht an der manu ist immer so voreilig nicht du aber die spinne ja wie aufs maul geben der ist immer so voll eilig immer alles schnell schnell mit der axt in den kopf kommt die sterben also der keller steht schon ein bisschen krass aus ich brauche dringend kohle und fackeln und ich brauche bringt hier endlich mal und kommst du hast du so beruhigungstabletten für die mir sind die dann gerade super leider nicht bin kein schiffer leute ich mag keine harte im boden nämlich für den keller ich doch eher im wohnraum nehmen das ist viel hübscher für den wohnraum ja was willst du einen keller rein machen mit dem boden haben kommst du ein monster pflaster steilung doch das wäre echt das wäre echt cool ich würde mich darüber sehr freuen wir nehmen koppelste 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 bisschen koppelste habe ich auch schon für dich ab ab abgeplustert so 30 stück irgendwie höre ich mir die ganze zeit so will die meckern ja die müssen sich auch vermehren halt aber nicht wirklich jetzt habe ich keine spitzende juli kann ich mir hier im lager einrichten ja kann ich nicht so machen er hat sich so die ist Prozent orangewolle und orangewolle ich auch keine Ahnung und glas man kann ich hier raus ach verdammt so dann kann ich hier noch ein Zeugchen hinbellen so ein schön so und wo die so schuss war meine Freunde vorliegt die Musik in den Ohr ich glaube ich spinne kann ich hier mein Lager einrichten bin ich total safe hoffe ich zumindest dam 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 Alter sorry ob ich nicht die scheiße Mucke noch mal ausmachen hier so Musik aus wenn wir wenn wir zu zweit spielen brauchen wir keine hintergrundmusik das ist eher nervig dann er braucht auch so nicht doch ich hab da immer ein bisschen hintergrundmusik weil es macht dann mehr spaß die von meinträchtig ist langweilig ich nehme ich nehme mal lizenzfreie Musik so guten energy trink trinken ich hab ich hab gestern was ganz neues ausprobiert kennst du perform gel ist das ne ist so ein ich komm hier nicht raus scheiße ist so ein Gel ja mit dem kann man also das ist voll mit Koffein bla hin und her weißt du und das soll eigentlich richtig gut sein Alter ehrlich das Zeug ich hab das probiert ist das wenn du das dann in dem Wasser mischt so wie es gehört erst mal ist das Zeug pur weiß das sieht pur ugly aus einfach nur unser totaler Humbug ich frage schon mal das neue Haus an weil es so dann brauche ich ne ich baue hier grad die ne ne Truhe in die Höhle rein weil ich das Zeug umschleppen möchte ich möchte dass es hops geht wenn ich sterbe so Kartoffel kann auch weg dann bring halt mir das bringt halt ne 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 dann bringt es hierher dann ist alles safe ne ich ach so ja erde braucht ja naja mein 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 Ort hier nie wieder so ich hab da beerdet ich hab da beerdet ja und irgendwo ist grad ne U-Bahn gefahren ne U-Bahn mit Solarm naja der ist ja Enderman du könntest mich mal bitte ganz kurz wieder raus äh zu mir teleportieren und mir mal Holz geben und zwar gibst du mir mal 10 Stück ich bin grad beim Haus bauen bitte 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 ja gleich schreib dir die Koordinaten auf wo du dich hin teleportieren musst also zurück teleportieren weil du führst den Weg hier nicht mehr raus so kleiner Blick ich hoffe du hast noch Zeit eigentlich nicht mir geht hier sowieso schon in die Düse aber jetzt kann ich nur mein letzter Zigarette anzüben gut dass du da bist zwei Stück hast du gesagt ich baue mir gleich noch einen Ofen weil da kann ich hier noch ein bisschen rumöfeln ja mir ja wieder Zombie-Orgasmus im Ohr super lecker 3 5 1 4 4 8 4 8 4 8 warte mal mein Bett hab ich dabei das heißt ich kann mir auch ein Bett reinstellen 1 doch da auf mich zu schlagen Arschloch you asshole you little creepy bitch doch ich baue mir jetzt hier ein Bett rein so dann noch mal ich muss die Truhe nochmal anders bauen Eingang du hast Kies dabei oder? äh ein bisschen was äh ne jetzt nicht mehr aber wird wieder ich muss hier noch mal eins nach hinten gehen so so wo kommt der Eingang hin? hier mach ich den jetzt hin jetzt mal ein kleines provisobisches Lagern so ein Doppel Eingang so so und dann brauchen wir dringend Eichenholz Eichenholz hab ich nicht haha was findest du daran jetzt lustig? weiß ich nicht genau ne wir nehmen dafür das wir nehmen dafür das helle Holz das steht ziemlich ich hab übrigens mir erst mal ein Bett reingebaut und der nach weil damit ich sterbe damit hier mein Spawnpunkt ist ist es ist es ist draußen gerade nach ja ist es jo aber ich kann nicht schlafen wenn du dich schläft oder? ja leg dich einfach hin ich gehe jetzt ins Bett beziehungsweise ich fress noch was so ich lieg ja ich auch ich auch so ich hab hier noch einen leckeren Kuchen von der Arbeitskollegin bekommen lecker das ist eine Arschung warum krieg ich ja jetzt keinen Stich du arbeitest nicht bei Hombach du weißt du kriegst kein ich hab aber auch eine tolle Arbeit ist falsch mein Chef ist cool sei mal ganz ehrlich was mein Chef ist cool dein Chef ja der ist super Homie der ist echt geil hm gibt es gar mal Brustkern noch ganz schön lecker hm ok er kriegt noch ganz schön ihr könnt alle wegschalten wollt ihr nicht hören erstmal eine Holztür hinbauen also jeder der was sehen will das sehe ich wie ich mein das Hausbau er kann jetzt zu mir rüber kommen muss man Eigenwerbung machen naja du aber es ist eigentlich keine Eigenwerbung hier weil wir spielen ja wie es bei geht es ja online ist tun sie sich mal gegenseitig ehren ja kommt und sagt sagt das könnt ihr alles auf meinem Kanal sehen das ist so ein Standard aber der ist auch bei uns schon dabei ne aber das ist einfach so lustig man da muss man einfach immer lachen egal wie oft der kommt also ich musste immer lachen egal wie oft der vorkommt der witz da ist halt witzig ja das Haus wird nett ja meine Untergrundbude ist auch lustig ja du kannst du da gerne wohnen bleiben ne danke du das ist ein Standard nur ein Sicherheitsbereich eigentlich hm bräuchte habe ich noch ein Schwert ja Eisenschwerter hm wir hatten jetzt mal ne Rüstung machen weil das gehe ich hier wieder hops ja ich finde da hier 100 pro noch viel viel mehr Eisen nur ich brauche jetzt unbedingt ne verdammte Rüstung ich bin so schnell hofft uhr so für die Falschung Eintracht und erbaut diese gibt es hier keine Setzlinge also auch Birken Setzlinge hoff wo es bei mir noch ein Hütchen oder nie paar Schuhe ist auch schön das Haus wird schon geil ja das hoffe ich mal sonst baust du mir nix mehr du brauchst nix mehr nix und raus hier so ein Blümchen dahin gibt's doch nicht doch anscheinend schon hier geht's so fucking tief runter Junge bis Weihnachten oder was Eisen, wer hat's gesagt Eisen, Eisen Eisen, aber Eisen Spinder Nikolaus die allergeiligste Sache wäre wenn ich jetzt hier unten noch Dias oder so finden würde das wäre natürlich super geil ja das wäre das beste natürlich aber Diamanten müssen wir sowieso erst sammeln bis wir mindestens nen Stack oder so haben ich brauche den Koppel für dich ab weil du Koppel wolltest ja ich brauche sehr viel Koppels dann das ist ja sehr viel weiter der Welt sollte reichen oder er hat dann mal hier hingesetzt da kann ich hier hochrippen hopp 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 hier muss ich wieder Steinchen wegbasteln so 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 und Kohle hast du auch ja das ist schön mein Sohn meine Mutter die äh sagt lieber nix wo ist mein Häuschen, da darf mein Häuschen da ist wieder Eisen nur Akratzentbäume aber keine Setzlinge für Bierkopf was ist das? das ist Weihnachten oder so nicht 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 Outro